Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und das ist eine besondere Folge, nämlich es handelt sich um eine reine Verbraucherinformation für euch da draußen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh Mensch Jan, schon wieder nur Werbung, was soll das denn? Kinder, heute ist das wirklich nur zu eurem Besten, denn mein Partner Leasingmarkt.de und den kennt ihr ja mittlerweile sehr gut, der zelebriert gerade wieder seine Black Leasing Week. Das ist ja so, Leasingmarkt.de, die guten Mitarbeiter im Außendienst fahren immer rum und besorgen gute Leasingangebote, die kredenzen sie euch dann auf der Seite und wenn ihr nach einem Auto sucht, solltet ihr da fündig werden und sagen, Mensch, Leasinghammer, nehme ich und dann tütet ihr das alles ein. Aber das ganze Jahr über, im Hintergrund, sind die schon am Arbeiten und versuchen nochmal so richtige Knallerangebote rauszuhauen. Nochmal, ein bisschen billiger, noch ein bisschen preiswerter, noch ein bisschen besser das Angebot zu gestalten und diese Knallerangebote, die kommen dann immer zur Black Leasing Week auf dem Markt und im Moment ist Black Leasing Week, Black Leasing Week. So, das hat am Montag schon angefangen, heute ist Mittwoch. Bis Freitag habt ihr noch die Chance hier, euch die Knallerangebote anzugucken und einen Vertrag abzuschließen und ich will jetzt hier nicht so sagen, wenn du heute nicht abschließt, dann verpasst du aber den Deal deines Lebens, so ist es nicht, aber eigentlich ja schon so ein bisschen. Die haben zum Beispiel hier den Peugeot 3008 PT Allure Pack für 208 Euro und mit dabei 10.000 Kilometer pro Jahr und das Ganze ist auf 24 Monate angelegt. Kann aber auch sein, dass dieser Deal heute Abend schon wieder weg ist. Das ist immer alles nur limitiert. Die haben jetzt nicht 100.000 Autos auf Halde stehen oder vereinbart mit den entsprechenden Marken, sondern es gibt immer eine bestimmte Stückzahl, irgendwann ist das vorbei. Dafür kann aber auch was Neues dazukommen. Der Jeep Avenger, das ist der neue batterieelektrische Jeep, 48 Monate, 269 Euro. So haben sie Verbrenner, Diesel und auch ganz viele Elektrofahrzeuge hier in ihren Deals. Alles, was ihr machen müsst, ist hier den Link direkt unter dem Video anklicken. Dann kommt ihr auf die Deals-Seite und da könnt ihr euch dann die ganzen Gekracher-Deals angucken. Wenn euch was interessiert, einfach auf den Deal klicken. Schöne Anfrage stellen zu euren Konditionen und dann bekommt ihr auch schon eine E-Mail von dem entsprechenden Händler. Ja und wenn ihr jetzt sagt, wenn ich dann voll blöd, Black Leasing, wie ich hätte das nicht mal früher sagen können, hätte ich schon, aber es ist ja immer auf die Deals auch entsprechend zugeschnitten. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe keine Zeit, ich habe gerade kein Geld, mein Leasing läuft noch nicht aus. Was ich euch sagen kann, es gibt immer die Deals-Seite bei Leasingmarkt.de. Also die ist das ganze Jahr über freigeschaltet. Diese Seite hier mit den Black Leasing Week Deals, die gibt es nur einmal im Jahr eine Woche lang. Aber die Deals-Seite, die gibt es das ganze Jahr lang und da sind auch schon immer ziemlich gute Angebote dabei, die natürlich ständig rotieren, wo es auch teilweise nur um ein Fahrzeug geht. Also da immer mal reingucken. Leasingmarkt.de wünscht sich natürlich, dass ihr auch die Leasingmarkt.de App installiert. Da fällt mir ein, ich habe sie sogar installiert. Und da habt ihr dann nochmal extra Angebote. So wurde mir das zugeraunt. Sag mal hier, musst du App installieren, kannst du nochmal einen Schnapper machen. So läuft das. Herr Kinder, ihr müsst es natürlich nicht machen. Ich lasse es euch ja nur wissen, dass es aktuell wirklich Knallerangebote gibt. Schaut einmal, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann wollt ihr halt nicht. Auch gut. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von euch wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.